Mein Gott! Ey, das gibt's doch echt nicht, ist das ein Spast! Jetzt läuft er da 5 Minuten lang im Dschungel rum und jetzt gehen sie zum Sterben. Statt zu helfen, als ich noch da war. Ja genau, OMG. Herrlich. Ja, das wird voll der Loose. Das erste LoL-Game und dann mega Loose und du stirbst jetzt, du Penner. Lauf, Marco. Lauf. Na ja, super. Ich krieg einen Ausraster, ich krieg heute echt einen Ausraster, man. Der Sack hat auch schon wieder sein Ult Ready, das er ungefähr vor 2 Minuten hier hatte. Ja, Retards. Ei, 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 ei. Na ja, gucken wir mal weiter. Vielleicht wird's ja doch noch was. Aber... Mir geht's eindeutig viel zu schlecht, ich brauch mehr Farm und... Ich hab noch nicht mal einen Trinity Force, obwohl ich das schon hätte... Vor 5 Minuten hätte ich das haben sollen. Das ist gar nicht gut. Gar nicht gut. Ich brauch das... Ich spiel auch heute richtig beschissen, echt. Richtig beschissen. Ich hab mir vor allem noch überlegt, ob ich nicht drin spielen soll. Aber nein. Oh, da... Da kommen sie schon wieder. Spaß! Jetzt stirbst du. Und du auch. Weil es so viel Spaß macht. So. Penner! Ja, dann pushen wir mal. Jetzt dürfte aber auch gleich Temo kommen. Ja, das war klar, dass der da auf uns wartet. Das war logisch. Das war logisch. Ja, dann nehmen wir uns mal hier noch das. Und... Noch 300, dann hab ich mein Trinity Force ungefähr 9 Minuten zu spät. Ja... Verdammt! Ich frag mich, was der eigentlich die ganze Zeit da labert. Der spielt ja ungefähr richtig beschissen. Das ist selbst schuld, wenn die so einen Scheiß spielen unten. Und dann regt er sich über andere auf. Lauf! 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 Häää? Jetzt nehmen wir mal den Rotten Buff. Hoffentlich! Das reicht's Komm, komm, komm Komm schon, meine Jacks, Jacks in the Box Die haben natürlich jetzt den Baron Weil wir ja gar keinen, wir haben keinen Support leider Die im Grunde auch nicht, weil der Darius ja komischerweise hier so Stirb, Mann Ach, ein Ace, ja, ja Ja, das wird madig Ich stand jetzt ein bisschen auf Kater Und da war es, da ist es vorbei Gleich ist es vorbei, ja, da ist es vorbei Leider, leider ist es da vorbei Aber sie pushen nicht, oder? Naja, naja Ja, das nächste, was ich jetzt bilde, ist eigentlich das Infinity Edge, aber Dazu werde ich wahrscheinlich nicht mehr kommen in diesem Spiel Ich verstehe das einfach nicht, wie man, wie kann man Temo so beschissen bilden und dann auch noch gewinnen, ey Das ist ungefähr das Grausamste, was es gibt, wenn ich sowas sehe Ich reg mich einfach viel zu viel auf wieder Viel zu viel Gibt's nicht, gibt's nicht So Ähm Ja, dann farme ich mal jetzt noch kurz, weil Was anderes bleibt mir nicht übrig Viel zu wenig Damage und Kartos Kann ich auch nicht alleine töten Aber dich nehme ich mir jetzt Sack Geh sterben Jalalalala Äh Ja gut Ich brauche Damage Ich nehme mir das jetzt mal mit Obwohl es eigentlich besser gewesen wäre, wenn ich Noch die 1500 spar I go Ach man Ach man Die holen sich jetzt den blauen Buff natürlich Ich bin ja auch leider der einzige Der hier irgendwie ein Wort mal bei sich hat und den mal auch setzen kann Aber Ja, hab ich schon gedacht Dass alles voll ist und ihr habt kein Geld für Oracles Ach ja, das ist so verloren Das Spiel ist so verloren Du süßt mich nicht Haha Na ja, aber das Spiel macht schon Spaß Ja, den können wir sowieso nicht halten Da sitze Was habe ich dir sagt Nein, Lauf Oh Gottverdammt Kritt Ach man Ich sollte bei In dieser Minutenzahl hätte ich eigentlich schon das Infinity Edge Und ich hätte hier schön noch Mein, 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 mein Mein Last Whisper Und dann Hätten alle nur noch Angst vor mir, weil wenn ich komme, dann Macht's Aua Haha So jemand mit 2000 HP Beispielsweise ist jetzt so ein Temo ist ja ein Mini-Hero Das ist jetzt zum Beispiel was, was Shako normalerweise Instant tötet im Im höheren Bereich, weil er einfach übelste Crits macht Da ist nur Wenn ich schon Mein Deceive Rein mach Und dann quasi von hinten In der Deuche Krittet das bis zu 1200 Ein normaler Schlag noch und ein Ähm Und ein Blade rein und Joa Dann, dann ist es schon vorbei für denjenigen Aber wie ihr ja seht Geht es heute einfach nicht so gut Ja, 400er Crits Yeah Haha Ultra Damage, Ultra Damage Ach schade Da kommt ja noch mehr Farm Das brauche ich Farm Farm Nimm den letzten doch mit Nimm ihn doch mit Mein Gott Ist doch beschissen Was war denn das jetzt bitte für ein Ult? Statt sich das aufzuheben, dass Wenn wir dann hier Ach komm Ehrlich hey Ehrlich hey Ehrlich 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 kacke Ist schön haben wir das verloren Schön haben wir das verloren Wunderbar Ehh Ehh Ok Also In der nächsten Runde spiele ich mal drin Ja Da spiele ich mal top Top drin Top top drin Es sind einfach zu viele Es sind zu viele Ah Joa Schön war's Aber verloren Naja Bis zum nächsten Mal Was soll's